Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grandia 2. Weiter geht es. Auf zur Kathedrale. Na, was ist hier los? Die nächsten Ritter, oder was? Sechs. Oh, oh. Äh, Selene? Was machst du da oben? Selene! Habt ihr das? Nein. Keine Ahnung. Ist das die Wille von Grannis? Warum würdest du so etwas tun? Sie sagen, es ist die Zeit von Valmar. Sie sind einfach auf der Seite? Warum bist du auf der Seite? High Priestess Selene! Sie wahrscheinlich nicht verstehen. Okay. Okay. Ich weiß nichts, und ohne Verständnis, Ignoranz ist Blitz. Was bedeutet das? Es ist die Weise des Welt. Nicht wahr? Warum ist es so schrecklich? Warum ist es so schrecklich? Warum ist es so schrecklich? Alles ist wegen der eigenen Schmerzen. Die schrecklichen Massagen sind nicht zufrieden, zu Gott, ihre Hörer ohne Verständnis. Möchtet prayer, aber nicht der Tag der Schmerz. Sie sind in der Katedral, wie ein Rats, in einem Sinken-Band. Sie ist wahnsinnig! Das wird aufwendig. Äh, was machst du da? Äh, was hast du vor? Äh, boah, nein, ist da reingesprungen. Äh, boah, was kommt denn da an? Hallo, was bist du denn? Lass mich nicht raten. Sieht aus wie ein Fisch. Fall mal das Herz, ja natürlich. Ja, klar. Ich komm zuerst. Hä? Ähm. Nein, das machst du nicht. Hier geht mein Impact-Bomb. Ja. 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 Lotus flower! Bloom! Mhm! Fleece! Fleece! Ach nö! Burn Strike! Ja, auf Elena! Aua! Nenenenenene! Biesbang! Cut! Jetzt sind große Geschütze aufgefahren! Hehe! Große Geschütze! Jetzt wird's... Und Weiße Apokalypse! Jo! Amageddon! Hm, das kann ich, glaube ich, mit Leichtigkeit plätten jetzt! Hm, das kann ich, glaube ich, mit Leichtigkeit plätten jetzt! Biesbang! Cut! Er ist jetzt weg! Und hinterlässt Geld! Hm, das wird dir nichts helfen! Hm, das wird dir nichts helfen! Hehe! Hehe! Und weg ist das Teil! Und du, wer ist das erst mal canceln! Burn Strike! So wie du mir, so ich dir! So wie du mir, so ich dir! Gecancelt! Gecancelt! Und... Und... Cancelled! Und... Cancelled! Dreggensap! Der Cancelled! Hehe! Du kommst nicht mehr dran! Hey! Stop that! Und... Attake! Und weg! Das war's mit Weimers Herz Und aufgesaugt Elena? Geht's dir gut, Elena? Hast du grad Ein Stück von Weimers Absorbiert? Wie kannst Kannst du sein? Hm, was ist das? Hohe Priesterin zu liens Was heißt Zirklit? Wie konnte Hohe Priesterin Von dem Herz von Weimers Besessen sein? Ich bin eine Was heißt Songstress? Von Grenders Meine Mission Elena Was zur Hölle Machst du da? Was dann Was zur Hölle Tust du? So eine Heiligkeitssehre Hat mir eine Anfrage gemacht Welche ich nun Kompliziert habe In Ordnung Was heißt Order In Ordnung Zur Was heißt Prevent Äh Weiß ich jetzt Wie heißt es Übersetzen Sein Heiligkeitssehre Hat mich Angefragt Die Stücke Zu Komplizieren Und sie In mir Zu absorbieren Und dann Und dann Das Kann Aber soll Benutzt werden Um Mich zu Zerstören Und war Mal So Gut Mein Blut Davon Das ist Kein guter Plan Was ist mit Millennia Was über die Hörner In mir So bitte Komm nicht Weiter Ich will nicht Sehen Dass sein Herz Zerstört Wird Daran Wird Ich Mich Noch Nicht Halten Schau Ich will Nicht Dass Ihre Ich will Nicht Sehen Seine Ihre Seele Zerstört Wird Sollten Wir Sie Nicht Folgen Oh Ja End Das Intention Ist Nicht Nutzlos Zu Sterben Sie Hat Ihre Beste Sie Hat Das Beste Getan Um Zu Leben Für Deine Sicherheit Du Weißt Was Du Tun Musst Ja Ich Vermute Hinterher Gibt es Ja Ein Speicherpunkt War das Nicht Hier War Hier Nicht Ein Speicherpunkt Ja Hier Hier ist Ein Speicherpunkt Den Ich Gut Gebrauchen Kann Die Punkte Werteile ich Im nächsten Part Und ich Höre schon wieder Das Rauschen Das hört ihr zwar glaube ich nicht Aber ich Das ist Nervig Also ich Mach dann hier Ein Cut Und Bis Zum Nächsten Part Part